Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der MoNews. Ja, es wurde sich so ein bisschen beschwert von, ja, niemand Spezifischem, den ich hier jetzt so nennen möchte. Oh, Kraft! Und, ja, ich soll doch mal wieder eine MoNews machen. Es wurde sich gewünscht, das Format wird vermisst. Und hier ist es wieder, ja, eine neue Episode der MoNews. Und ich hab mir ein paar Themen rausgesucht, über die wir sprechen können. Ähm, wir fangen mal mit dem Thema an. Danksagungen, ja, das ist irgendwas recht Wichtiges für mich. Dann das Social Networking. Ja, da kommt jetzt, da hab's auch ein paar Neuerungen gegeben, das werden wir dann auch alles erklären. Und die Websites, da gibt's auch noch ein bisschen was. Und natürlich ein neues Let's Play, denn Cora ist ja wieder fast vorbei. Und, ähm, da wollt ihr bestimmt wissen, was kommt denn als nächstes, ja. Also, fangen wir mal an mit den Danksagungen. Und, äh, da möchte ich ganz, äh, herzlich mich bedanken bei Kraft natürlich. Ja, muss ja immer sein. Ähm, es ist wirklich eine sehr, sehr lustige Sache, mit ihm zusammen zu spielen. Und, ähm, auch bei den Streams, jetzt war ich auch mal dabei beim Streamen. Also, ich hab nicht nur geguckt, sondern war auch, äh, aktiv dabei. Und, äh, es ist schön, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen fertig machen kann. Und wenn man so ein bisschen trollen kann. Äh, ich trollen ja ganz gerne. Und, äh, ja, er macht das auch ganz gerne dann zurück, ne. So ist das halt, ne. Wenn man sich halt, äh, ja, schon etwas kennt, ne, dann macht man sowas halt gerne mal. Und das, ich find's schön. Das macht mir Spaß. Danke dafür. Dann möchte ich mich nochmal bedanken bei, ähm, einem gewissen Krankben, ne. Der auch ab und zu uns gerne mal unter meinen Videos was drunter schreibt. Und auch, äh, auch ein Kraft-Fan ist, ne. Äh, ich mag es gerne. Also, ich find's schön, dass du mir immer mal ein paar Kommentare drunter schreibst. Und es gefällt mir generell, Kommentare zu bekommen. Von daher, yay! Ne. Ähm, dann möchte ich mich bei natürlich, jetzt, äh, den muss ich jetzt unbedingt erwähnen. Wenn, äh, das Wiesel oder, äh, der Wiesel, ich weiß gar nicht mehr. Oder Herr Wiesel. Müsst du mal gerade, ich gucke mal ganz fix nach. Ja, äh, in der Zwischenzeit, äh, erst mal das Wiesel heißt es. Danke für, ähm, ja, das Kleine zu mir halten. Fand ich schön, dass du, äh, rausgesucht, was der Name von meinem Priester wirklich heißt. Danke. Sehr cool. Ähm, ja, das war's soweit mit den Danksagungen. Wenn ich jemanden vergessen habe, sorry, mehr Kulpa, ne. Äh, schreibt mir einfach drunter. Dann kommt ihr vielleicht in den nächsten MoNews vor. Ich werde jetzt jedem MoNews, äh, mit der Struktur anfangen, dass ich erstmal Danksagungen mache. Und, ja, ne. Das muss man halt natürlich auch mal die Leute dann erwähnen. Möchtet ihr auch gerne seine etwas teuren Abonnenten, ne, da mal in den Vordergrund drängen. Dann kommen wir zum Social Networking. Da hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Und zwar, ähm, auch in Verbindung eben mit der Webseite, die ich ja schon an mehrfacher Stelle promotet habe. Ähm, ich habe einen Twitter-Account. Und, äh, dieser Twitter-Account ist natürlich unter atmorellnoir erreichbar. Also, ihr könnt mich da drunter finden. Und, ähm, ja, darüber läuft jetzt halt auch so ziemlich alles, was an News ist, ne. Also, ich twitte dann halt meistens, ähm, die News und benutze da ein spezielles Hashtag für, nämlich Hashtag MoNews. Und, ähm, wenn alles glatt geht, wird das natürlich auf Facebook ertragen. Das heißt, es ist egal, ob ihr auf Twitter oder auf Facebook folgt. Ihr kriegt das auf jeden Fall mit. Und, äh, Facebook bin ich natürlich auch unter morellnoir zu finden. So. Dann, ähm, habe ich ja auch eine Webseite, die ich ja, wie gesagt, schon mehrfach promotet habe. Ähm, da werden auch alle meine Tweets angezeigt, die, ähm, eben mit der MoNews zusammenhängen. Da gibt es eine extra News-Rubrik. Und da sollten, wenn die Technik von Twitter und so funktioniert, auch die Tweets eben zu sehen sein, die eben mit, äh, Neuigkeiten dann zu tun haben. Ja. Ähm, da habe ich jetzt auch ein bisschen dran rumgedockt hat an der Webseite. Und es ist immer noch so ein bisschen Work in Progress, ne. Also, mir gefällt das Design an sich schon so ganz gut. Aber es sind halt so ein paar Features, die ich dann immer mal wieder noch, ähm, ja, ausbauen möchte. Und, also, es ist noch lang nicht final, was ihr da seht. Ähm, es ist halt für mich so ein kleines Nebenprojekt. Nur, ich mache das halt mal immer so, je nachdem, wenn ich denke, äh, wenn man so morgens um drei Mal so, äh, schreißgebadet aufwacht und denkt sich so, äh, oh mein Gott, ich habe ein Feature, das ich unbedingt haben will, ne. Und dann denkt man sich so, ja, das können wir und so und so und so. Und dann baut man das eben ein. Und, äh, was, was würde ich denn für Features haben wollen? Mich würde das mal interessieren. Ähm, für mich war es ja jetzt nur eine Seite, wo man halt mal so ein bisschen, äh, ja, kommunizieren kann. Wo man sehen kann, okay, wann kommt was, um wie viel Uhr, welche Let's Plays gibt es generell. Und dieser ganze Kram, also so, so, so informationstechnisch für vergangene Sachen. Und Twitter dann eben für die aktuelleren Sachen. Das, äh, dafür habe ich eben die Seite gemacht. Und, ja, mich würde mal interessieren, was ihr, was ihr da so gerne sehen möchtet. Und, äh, ja, können wir ja noch drüber reden. So, dann kommen wir zu dem Punkt, auf den, äh, einige gewartet haben. Und der Punkt jetzt auch, warum ich jetzt keine, äh, keine Monetarisierung mehr für dieses Video einstellen kann. Und, ähm, ihr seht jetzt einen ganz kurzen Trailer. Und, ähm, ja, damit entlasse ich euch dann. Und, ja, ne, Korra ist ja fast vorbei. Dann wird jetzt das neue Let's Play starten, ähm, sobald Korra eben fertig ist. Und, ähm, da wird es dann auch dieses Mal wieder, äh, Fazit und so weiter geben. Das gibt es bei Korra jetzt auch wieder. Und, ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt, was ihr davon haltet. Wir sind in der nächsten Ausgabe der MoNews oder natürlich in den neuen Let's Play-Folgen. Je nachdem. Jetzt kommt erstmal der Trailer. Und ich wünsche euch viel Spaß und hoffe mal, dass ihr euch das Let's Play anschaut. Ich hab schon zwei Folgen aufgenommen und bin echt gehypt auf das Ding. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I think sometimes she doesn't tell the truth. Come on, we're gonna be late for the show. Wanna come home again? No, Johnny. Not again. You're a carousel of broken dreams. See? You meet a guy's wife. Now he's got a whole new reason to make good. Ladies and gentlemen. A physicist named Albert Einstein at the University of Berlin tells us that our universe may not be the only one. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous.